So, Hallihun und Hallöchen und herzlich willkommen Ja, zum allerersten Let's Play zu Let's Play Sims Ja, ich hab mich wiederholt, das ist dabei egal Naja, ähm, wir starten mittendrin hier bei Sims 3 Ich werd's gleich vorweg sagen, ähm, das wird kein regelmäßiges Let's Play Also das heißt, ich Let's Play Sims nur ab und zu halt, wann ich halt eben Lust dazu hab Also, ähm, das wird nicht in so regelmäßigen Abständen kommen Und, ja, ähm, wie ihr bestimmt ganz leicht schon erkennen könnt Ich habe schon mal angefangen, ähm, das war ursprünglich nicht geplant, dass ich, äh, hier Sims auch Let's Play Aber, das ist jetzt sehr, ähm, wie soll man sagen, spontan Deswegen, wundert euch nicht, ich hab jetzt hier mittendrin einfach mal schon mal, äh, ja, ich fang jetzt mittendrin hier an, ja So, ähm, ich werd jetzt euch mal hier ein bisschen, äh, Hausdurchgang, Rundgang machen Machen, das habe ich selber gebaut, ich muss gleich dazu sagen, ich hab Motherload praktisch, äh, was, was für praktisch ich hab Motherload Verwendet, ja, ähm, ist halt einfach besser, wenn man irgendwas bauen will, dass man da nicht, äh, dann drei Jahrzehnte dazu braucht Bis man die Kohle überhaupt erstmal beisammen hat Deswegen Motherload benutzt, aber seitdem, also seitdem das Haus fertig ist und die Einrichtung fertig ist, kein Motherload mehr Also seitdem, äh, bin ich cheatfrei So, ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn Ich werd jetzt erstmal, tschuldigung, tschuldigung, ja, so, ähm, ich werd euch jetzt erstmal hier einen kleinen Rundgang gewähren durch das Haus Ähm, es hat ein paar Ähnlichkeiten mit dem Haus von Turner Half Men Nein, es ist aber gewollt, also, es ist nicht eins zu eins nachgebaut, aber ein paar, ähm, Dinger Ein paar Räume und das Grund, also das, äh, wie nennt man das, ihr wisst schon, da, äh, die Raumaufteilung ist eigentlich sogar Ziemlich original, aber, ähm, nicht, dass ihr denkt, ich hab jetzt hier versucht, das Haus eins zu eins nachzubauen Ähm, da muss ich euch schon enttäuschen, das habe ich nicht gemacht Ich hab hier nur ein bisschen so, ein bisschen so die Vorlage verwendet So, ja, dann gehen wir mal hier runter und fangen schon mal hier an Äh, ich mach das mal so, dass man die Wände sieht Also, bestimmt unschwer zu erkennen Das ist die Eingangstür, ja, so Ähm, wir kommen rein und Vielleicht, also hier sieht man noch den typischen Turner Half Men Eingang Ich weiß, es ist alles ein bisschen zu groß geworden, aber Ähm, da ich das nicht so mit der Symmetrie hab, hab ich es einfach mal so gelassen Äh, deswegen, der Kamin, die Wand, die müsste eigentlich irgendwo hier sein Theoretisch, aber ich hab das jetzt einfach mal so ein bisschen großzügig gelassen Ja, ähm, hier die Couch, hier kommt eigentlich ein runder Tisch hin Aber, naja, wie gesagt, ich will dann nicht ein Two and a Half Men, äh, eins to eins Nachbau haben Deswegen kann schon ein bisschen hier das bisschen abweichen Ja, ähm, Kamin, Stereoanlage und hier ein Büchregalchen Und, ja, normalerweise Würde ja hier so ein kleines Podest wieder sein, aber Das gefällt mir hier nicht so Sekunde, das ist, glaub ich, hier beim Bau-Modus Äh, ne, hier zurück Äh, da so von am Ende Da das nicht so, äh, gut hier reinpasst Hab ich das einfach mal weggelassen Ich hatte mal, äh, Late Night hab ich nochmal drauf installiert gehabt Aber, äh, damit irgendwie spiel ich nicht Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ja, ich könnte ja ein Klavier, alles mögliche reinsetzen, aber Naja, das hat wieder meine Logik, äh, dazwischen, ja Ähm, hier würde man normalerweise das Klavier stehen haben Aber, naja, gut Äh, hier schön Computerecke hier mit Telefon Und die Two and a Half Men Terrasse Wenn man mal hier kurz, äh, das da so macht Dann merkt man schon, dass es ziemlich, ziemlich okay ist So, ähm, weiter geht's Die Two and a Half Men Küche haben wir direkt mal hier Und das ist unsere erste Mitbewohnerin Äh, ich hab sie einfach frei Schnauze gemacht Ich wollte da irgendwie nicht, äh, da das Beste kreieren Aber ich find, sie ist ganz schön schnuckelig geworden Und zwar ist das die Fra-Frau Hart Lumpel Ja, sehr schöner Name Leute, die, äh, meine Let's Plays von Minecraft schauen Werden ein paar Parallelen auch zu dem, äh, zu dem Special, wo es geregnet hat Ähm, ein paar, äh, Parallelen finden Da, wenn man sich recht entsinnen kann, gab's auch ein Haus, in der die Familie Lumpel gewohnt hat Ja, und das hab ich direkt auf Sims auch noch, äh, übertragen Und deswegen haben wir hier Die Frau Hart Lumpel So, Entschuldigung, ähm Hier die Küche eigentlich ziemlich originalgetreu nachgemacht Und, ja, ähm Hier eine kleine Bar Das meine ich zum Beispiel mit kleinen Abweichungen Äh So, ja, das war's, Punkt So, äh Nächste kleine Abweichung Hier das Sofa, äh, Sofa-Ecke PC, äh, Fernsehecke So ein bisschen Chill-Lounge und so Ihr wisst schon, was ich mein und sowas, ne Und, ja, dann gehen wir hier direkt mal weiter Das ist eigentlich Das soll Jakes Zimmer darstellen Klappt noch nicht so gut Ich werd das umstrukturieren Weil, ähm, die Frau Hart ist nämlich schwanger Ja, sie ist schwanger Sie hat gerade erst vier Tage Mutterschaftsurlaub bekommen Und deswegen hab ich hier vor So ein kleines Babyzimmer einzurichten Weil das war ja nicht Babygericht So, ähm Ein eigenes Badezimmer haben wir Und genau dasselbe nochmal drüben Das ist, ähm, das Schlafzimmer der Eltern Hier mit so einer schönen großen Terrassenwand Decke Zimmer Fenster Ja Ja, ähm, das war eigentlich schon Ach ja, hier haben wir noch ein kleines Oh, aber was ist denn hier los? Ja, dann weiß ich gleich mal, was Frau Hart als nächstes macht Oh, ich bin böse Die Frau ist schwanger Ich lass sie arbeiten Ja Ja So, ähm Dann gehen wir mal in den Zweiten Stock Der ist total zweckmäßig Der ist Eigentlich für den männlichen Teil hier gedacht So eine kleine, äh Männerwelt Flachbildfernseher Mit einer Neuwertigen Was ist denn das eigentlich? Ja, ich vermute mal Das ist eine PS3 Ja, ähm, noch eine Stereoanlage für die richtigen harten Männerlieder Ein bisschen Schach und, äh, ein Laufband und hier um Gewichte zu heben Denn, ähm, der männliche Sim hier ist nämlich Profisportler Also, er strebt, ähm, den Traum des Profisportlers hinterher Ja, und bla 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 Hier haben wir noch ein Schlafzimmer und ein Bad Und hier nochmal eine, ähm, Terrasse Ja, und so ist dann eigentlich auch das ganze Haus aufgebaut Es ist eigentlich Ziemlich gigantisch Wobei dann doch nicht so viel drinnen ist Zwei Autos haben wir hier Die sind auch per Motherload direkt hier reingekommen Äh Und ja, na gut Ähm, das war's erstmal mit der kleinen Rundführung durch das Haus Ich mach mal hier ein bisschen weiter Wir haben ja noch Zeit Sekunde, wir haben, ja Zeit haben wir noch genug Und dann werden wir hier mal Frau Hart ein bisschen, ähm, rumschicken So, meine Liebe Du gehst jetzt erstmal schön ins Bad Und putzt mal diese Putze, äh, diese Ach Gott, äh, diese Lache da weg Und Das ist Meinhard Wo bist denn du? Wo bist denn du, Meinhard? Ja, der ist Profisportler Das merkt man total Ja, ich sag mal Links und rechts schauen Geht hier nicht, oder wie? Und diese, ach genau Diese Scheinwerfer Die waren eigentlich nur mal so probeweise Um zu gucken, wie das so ist Ich find's irgendwie ziemlich geil So Ähm, was machst denn du? Du hast Hunger Dann geh doch mal Schön hier zum Kühlschrank Und mach mal hier Reste essen Und einen super leckeren Herbstsalat So, und danach könntest du eigentlich Äh, mhm, mhm, mhm Danach gehst du mal ordentlich Duschen Selbstverständlich in deiner Männerwelt zugrunde Da, 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 da Ähm, ne, 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 ne Dann geh du hier mal Upgrade Selbstreinigend Ach, das ist ja Angenehm Das können wir dann auch gleich mal machen Und dann, äh, gehst du danach Mal Bisschen strullern Sekunde Ich glaub, das Muss Entstopft werden Dann entstopft du das mal Und danach gehst du Benutzen So, und danach gehst du noch Abziehen So Ähm, ganz kurz Ich versuch mal hier Ich weiß nicht jetzt wieder Der Musik Soundeffekte machen Soundeffekte machen auch mal ein bisschen lauter Das machen wir mal leiser So, und dann können wir doch mal hier ein bisschen Musik La, 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 la So, und dann können wir eigentlich auch mal hier Feuer anzünden Warte mal, das machst mal du Schnucki, warte Warte, bevorste hier Und dann kann man nicht Kann man da nicht Marshmallows rösten oder sowas Das Das konnte doch mal mal Das konnte man doch mal am Feuer Oder, 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 oder Ach ja Schön, schön, schön So, warte mal Dann, aber Hm Ne, du gehst jetzt mal nicht Videospiele spielen Du machst jetzt mal folgendes Du gehst jetzt erst mal duschen Weil du miesst schon so Wie so ein alter Äh, Esel Deswegen gehst du mal hier Bad nehmen Und danach Nichts Danach, äh Könntest du eigentlich theoretisch auch mal Ein bisschen das Reden üben Weil Sie strebt Lebenswunsch von Frau Hart Vorsitzende der freien Welt Ja, das ist nämlich ihr Lebenswunsch Und was hast denn du hier vor? Ein Schwangerschaftsbuch lesen In der Buchhandlung gibt es zahlreiche informative Bücher Für werdende Eltern Dein Sim möchte eines dieser Bücher lesen Um sich auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten Was haben wir hier? Malereifähigkeit verbessern Äh Ins Wellnesscenter gehen Ach, komm Etwas Naja, das brauchen wir nicht Äh, dann machen wir mal so Ein Kind mit Meinhard bekommen Ja, das bekommst du doch schon So, ähm Dann machen wir jetzt mal folgendes Wir machen mal hier weiter Und dann gehst du mal Hier ordentlich Baden Und dann gucken wir mal Was macht eigentlich jetzt Meinhard Meinhard Der hat was gegessen So, und dann Du müsstest eigentlich auch mal Oh, Mist, 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 Mist Du müsstest eigentlich auch mal Schlafen Äh, schlafen gehen, genau Und hier die Gitarre Die steht eigentlich auch noch rum Mit Da hab ich auch noch nichts angefangen Bis jetzt Und Für die Leute Die sehr, sehr achtsam Auf den Bildschirm schauen Ja, ich hatte einen Dieb Ja Schade Ja, ich hatte einen Dieb Und Ich natürlich todesmutig Aus dem Schlaf Ausgestanden Zu ihm hingejoggt Und dann ist die Polizei gekommen Und hat ihn festgenommen Ja, das ist Sehr, ähm Sehr, sehr schlimm Deswegen hat er auch Jetzt für 16 Stunden Noch 15 Minus 15 Laune Warte mal Dann können